Jonathan Swift Gullivers Reisen Eine Reise nach Lilliput Gelesen von Stefan Kaminski Erstes Kapitel Mein Vater besaß ein kleines Gut in Nottinghamshire. Ich war der dritte seiner fünf Söhne. Mit 14 Jahren wurde ich auf die Universität Cambridge geschickt, wo ich drei Jahre lang fleißig studierte. Doch war das für meinen Vater, der nur ein kleines Vermögen besaß, sehr teuer, obwohl ich nur eine geringe Summe erhielt. Und deshalb wurde ich bei Herrn James Bates, einem ausgezeichneten Wundarzt der Hauptstadt London, in die Lehre gegeben. Dort blieb ich drei Jahre und lernte während der Zeit nicht nur den Arztberuf, sondern auch die Schifffahrtkunde und die Mathematik. Als ich Herrn Bates verließ, ging ich zu meinem Vater zurück und bekam von ihm, meinem Onkel James und einigen anderen Verwandten die Summe von 43 Pfund. Außerdem wurden mir 30 Pfund jährlich versprochen, sodass ich die Universität Leiden besuchen konnte. Dort studierte ich zwei Jahre und sieben Monate Medizin. Ich wusste, dass sie mir auf großen Reisen von Nutzen sein würde. Denn die wollte ich unternehmen. Bald nach meiner Rückkehr aus Leiden erhielt ich durch die Empfehlung meines guten Lehrers Bates die Stelle eines Wundarztes auf der Schwalbe, deren Kapitän der Commander Abraham Pennell war. Mit diesem Schiff machte ich einige Reisen in das Morgenland und andere Gegenden. Nach meiner Rückkehr beschloss ich, mich in London als Mediziner niederzulassen. Ich mietete mir ein Stockwerk eines kleinen Hauses in Old Jury, heiratete Mary Burton, die zweite Tochter des Strumpfhändlers Edmund Burton in Newgate Street, von der ich 60 Pfund Mitgift erhielt. Nach zwei Jahren starb mein guter Lehrer Bates und meine Praxis war nicht sehr gut besucht. Nach einer langen Beratung mit meiner Frau und mehreren meiner Bekannten beschloss ich deshalb, wieder zur See zu fahren. Ich wurde Wundarzt auf zwei Schiffen und reiste sechs Jahre lang nach Ostindien und Amerika, wodurch ich mein Vermögen etwas vermehrte. In meiner Freizeit las ich viele Bücher und wenn ich an Land ging, so beobachtete ich die Sitten und die Menschen der verschiedenen Nationen und erlernte ihre Sprachen. Durch mein gutes Gedächtnis fiel mir das sehr leicht. Dann erhielt ich vom Kapitän William Pritchard, dem Eigentümer der Antilope, die in die Südsee segeln wollte, ein sehr gutes Angebot. Und so fuhren wir am 4. Mai 1699 in Bristol ab. Auf unserer Fahrt von Bristol nach Ostindien wurden wir durch einen heftigen Sturm von unserem Kurs abgetrieben. Zwölf Mann hatten wir durch die anstrengende Arbeit und schlechte Nahrung bereits verloren. Die übrigen waren vollkommen erschöpft. Am 5. November war das Wetter trübe und die Matrosen entdeckten einen Felsenriff nicht weit entfernt. Durch den Wind wurden wir darauf zugetrieben und unser Schiff zerschellte. Zerschellte. Sechs von der Mannschaft, worunter ich mich befand, setzten das Rettungsboot aus und wir ruderten nach meiner Berechnung drei Seemeilen, bis es unmöglich war, länger gegen die Wellen anzukommen. Wir ließen uns daher treiben und nach ungefähr einer halben Stunde wurde das Boot durch einen plötzlichen Windstoß umgeworfen. Ich weiß nicht, was aus meinen Gefährten im Boot und der Schiffsmannschaft geworden ist, vermute jedoch, dass sie ertranken. Was mich betrifft, so schwamm ich, wohin Wellen und Flut mich trieben. Als ich beinahe verloren war, denn ich konnte nicht gegen die Wellen kämpfen, fand ich endlich festen Boden. Zugleich ließ auch der Sturm nach. Der Strand war so flach, dass ich beinahe eine Meile gehen musste, bevor ich das trockene Ufer erreichte. Ich konnte keine Spur von Einwohnern und Häusern entdecken. Da ich sehr müde und das Wetter heiß war, legte ich mich auf das Gras, welches weich zu sein schien, und schlief dann fester als jemals in meinem Leben. Als ich nach neun Stunden erwachte, war der Tag angebrochen. Ich versuchte aufzustehen, konnte mich aber nicht bewegen. Ich lag auf dem Rücken und bemerkte, dass meine Arme und Beine festgebunden am Boden hafteten. Dasselbe war mit meinen sehr langen und dicken Haaren der Fall. Ich fühlte mehrere kleine Binden am ganzen Leib, von den Schultern bis zu den Schenkeln, und vernahm ein Geräusch in meiner Nähe. Da aber mein Kopf festgebunden war, konnte ich nur den Himmel sehen. Da fühlte ich, wie sich etwas auf meinem linken Schenkel bewegte. Irgendein Geschöpf kam leise vorwärts, über meine Brust bis fast an mein Kinn. Da erkannte ich eine Menschengestalt von etwa der Größe meiner Hand, mit Bogen und Pfeilen bewaffnet, und mit einem Köcher auf dem Rücken. Da fühlte ich, dass mindestens noch vierzig weitere dieser kleinen Menschen dem Ersten folgten. Ich war äußerst erstaunt und schrie so laut, dass sie alle erschrocken fortliefen. Einige, wie ich nachher hörte, verletzten sich durch den Fall, als sie von meiner Seite herabspringen wollten. Sie kamen aber bald wieder. Einer von ihnen wagte sich so weit, dass er mir in mein Gesicht schauen konnte. Er hob voll Bewunderung seine Hände und rief »Hekina Degul«. Die übrigen wiederholten dieselben Worte mehrere Male. Ich konnte damals aber den Sinn nicht verstehen. Ich versuchte, aus meinen Fesseln loszukommen und hatte Glück. Die Stricke rissen und die Pfähle brachen ab, an denen mein rechter Arm befestigt war. Durch einen heftigen Ruck, der sehr wehtat, befreite ich meine Haare auf der rechten Seite und konnte so meinen Kopf leicht drehen. Die kleinen Wesen liefen noch einmal fort. Ehe ich es mich versah, ertönte ein sehr lauter Ruf. Da trafen mehr als hundert Pfeile meine linke Hand und pieksten mich wie Nadeln. Einige richteten ihre Pfeile auf mein Gesicht, das ich sogleich mit der rechten Hand bedeckte. Ich erhielt noch eine zweite und größere Salve. Einige versuchten, mich mit Speeren in meine Seite zu stechen. Zum Glück aber trug ich ein Wams aus Büffelleder, das sie nicht durchbohren konnten. Ich hielt es deshalb für das Klügste, regungslos liegen zu bleiben, bis es Nacht wurde. Da meine linke Hand bereits befreit war, konnte ich die andere Hand leicht ganz befreien. Die Einwohner waren so klein und deshalb war ich der Überzeugung ihrer größten Armee gewachsen zu sein. Als die Volksmasse sah, dass ich Ruhe gab, schossen sie keine weitere Salve von Pfeilen auf mich ab. In der Nähe meines rechten Ohres hörte ich, wie es immer mehr dieser kleinen Menschen wurde und wie sie etwas erbauten. Es hämmerte und klapperte. Deshalb drehte ich den Kopf zu der Seite und erblickte ein hohes Gerüst, das mit Leitern versehen war. Von dort aus hielt eines der Geschöpfe, wie es schien ein Mann von hohem Stande, eine lange, an mich gerichtete Rede, wovon ich aber kein Wort verstand. Ich muss noch erzählen, dass diese Person, bevor sie ihre Rede begann, dreimal rief »Langro de Hulsan« und darauf ungefähr 50 Einwohner näher traten und die Stricke an der linken Seite meines Kopfes abschnitten, sodass ich mich jetzt frei bewegen konnte und die Gestalt, die mit mir reden wollte, ansehen konnte. Er war ein Mann von mittlerer Größe und schlanker als die anderen drei, die ihn begleiteten. Einer war ein Page, der ihm die Schleppe hielt und etwas größer als mein Mittelfinger zu sein schien. Die anderen beiden standen an den Seiten der hohen Person. Während er sprach, merkte ich, dass er mir drohte, eine Versprechung machte, Mitleid hatte und höflich war. Ich antwortete mit wenig Worten, jedoch in der untertänigsten Weise. Da ich, seit ich das Schiff verließ, nichts mehr gegessen hatte, war ich jetzt beinahe verhungert. Deshalb steckte ich meinen Finger mehrere Male in den Mund, um zu zeigen, dass ich etwas zu essen brauchte. Der Hurgo, so nannten die anderen den vornehmen Herrn, verstand mich. Er stieg von dem Gerüst und gab Befehl, mehrere Leitern an meine Seite zu stellen. Ungefähr hundert Einwohner stiegen hinauf und brachten Körbe voll Fleisch, das auf des Königs Befehl nach der ersten Nachricht von meiner Ankunft hierher gesandt worden war. Mir wurden Hammelkeulen und Rippenstücke gebracht. Sie waren sehr schmackhaft gekocht, aber nur von der Größe eines Lärchenflügels. Zwei oder drei steckte ich auf einmal zusammen mit drei runden Broten so dick wie Musketenkugeln in den Mund. Die Einwohner wunderten sich sehr über meine Größe und meinen Hunger. Darauf gab ich ein anderes Zeichen, das ich zu trinken wünsche. Sie hatten durch meinen Appetit bereits erkannt, dass eine kleine Menge nicht genügen würde, und daher zogen sie eines ihrer größten Fässer zu mir hinauf, rollten es auf meine Hand, und ich trank es mit einem Zuge aus. Sofort brachte man mir ein zweites Fass, das ich auf dieselbe Weise lehrte. Ich gab durch Zeichen zu verstehen, man möge mir noch mehr bringen, aber leider war nichts mehr vorhanden. Dann gaben sie mir durch Zeichen zu verstehen, ich solle die leeren Fässer fortwerfen. Zuerst aber hatten sie den Umstehenden erklärt, auf der Hut zu sein. Als die Fässer nun durch die Luft flogen, ertönte ein Freudengeschrei. Ich muss gestehen, dass ich gern die dreißig oder vierzig Herren, die auf meiner Brust herumspazierten, gepackt und auf den Boden geworfen hätte. Mein Ehrenwort ruhig zu bleiben, denn das bedeuteten meine untertänigen Bewegungen, brachte mich bald auf andere Gedanken. Außerdem hielt ich mich an die Gesetze der Gastfreundschaft, denn sie bewirteten mich ja mit so viel Kostenaufwand und Freigebigkeit. Als meine neuen Bekannten bemerkten, dass ich satt war, erschien der König. Er stieg auf mein rechtes Knie und marschierte mit einem kleinen Gefolge an mein Gesicht und sprach ungefähr zehn Minuten mit mir und erwies öfter in eine bestimmte Richtung, wo, wie ich bald bemerkte, die Hauptstadt einige Meilen entfernt lag. Seine Majestät hatte nämlich im geheimen Rat beschlossen, mich dorthin transportieren zu lassen. Ich antwortete in wenig Worten, aber sie verstanden mich nicht. Deshalb machte ich ein Zeichen mit meiner Hand, das bedeuten sollte, ich wünsche meine Freiheit. Wie es schien, verstand der König mich, schüttelte aber seinen Kopf und hielt die Hand so, dass sie mir zu verstehen gab, ich werde weiter ein Gefangener sein. Zugleich machte er aber andere Zeichen, dass ich genug zu essen und zu trinken bekommen würde und eine sehr gute Behandlung. Darauf versuchte ich noch einmal, meine Fesseln zu zerreißen und spürte zum zweiten Mal das Pieksen der Pfeile auf Gesicht und Händen, die bereits beide mit Blasen bedeckt waren, und merkte auch, dass noch einige Pfeile in meiner Haut steckten. Außerdem sah ich, dass noch immer weitere meiner Feinde kamen. Somit gab ich Zeichen, sie sollten mit mir tun, was sie wollten. Da entfernte sich der König mit viel Höflichkeit und vergnügtem Gesicht. Bald darauf hörte ich einen Schrei, PEPLOM SELAN! Und ich spürte, wie eine Menge von Leuten die Stricke an meiner linken Seite lösten. Zuvor jedoch hatten sie mir Gesicht und Hände mit einer angenehm duftenden Salbe eingerieben, die in wenigen Minuten den durch die Pfeile verursachten Schmerz linderte. Das und mein gefüllter Magen machten mich sehr müde. Wie man mir später gesagt hat, schlief ich acht Stunden. Und dies war auch ganz normal, denn die Ärzte hatten auf Befehl des Königs einen Schlaftrunk in den Wein gemischt. Wie es scheint, war der König, sobald man mich nach meiner Landung am Strand schlafend gefunden hatte, sogleich durch Kuriere benachrichtigt worden. Man hatte im Staatsrat beschlossen, dass ich gefesselt und verhaftet werden solle, man mir essen und trinken bringen und eine Maschine zu meinem Transport in die Hauptstadt gebaut werden solle. Das Volk besitzt großes mathematisches Wissen. Und sie sind sehr gut in mechanischen Arbeiten, weil der König, der als Beschützer der Gelehrten gilt, sie unterstützt und ermutigt. Dem König gehören mehrere Maschinen auf Rädern zum Transport von Bäumen und anderer schwerer Dinge. Er lässt oft seine größten Kriegsschiffe an Ort und Stelle, wo das Zimmerholz wächst, bauen und dann bis zum Meer mit den Transportmaschinen fahren. 500 Zimmerleute und Ingenieure begannen sogleich, die größte Maschine, die vorhanden war, in der Schnelle umzubauen. Es war ein hölzerner Bau, so lang wie ein Mann, mit 22 Rädern. Wegen der Ankunft der Maschine erscholl ein Freudenruf. Man stellte sie parallel neben mich. Doch nun kam die größte Schwierigkeit. Wie sollte ich auf das Fuhrwerk gehoben werden? 80 Pfähle von einem Fuß Höhe wurden zu dem Zweck eingerammt. Sehr starke Stricke von der Dicke eines Bindfadens wurden mir um Hände, Hals, Leib und Arme geschlungen. An den Pfählen hingen diese Stricke auf Rollen und 900 der stärksten Männer rollten sie auf. Es dauerte ungefähr drei Stunden, bis ich hochgehoben war. Und dann legte man mich auf die Maschine und ich wurde wieder festgebunden. All dies ist mir erzählt worden, denn wegen des Schlaftrunkes schlief ich tief und fest. 1500 Pferde, die größten, die der König besaß, wurden vor den Wagen gespannt, um mich zur Hauptstadt zu ziehen, die eine halbe Meile entfernt war. Nachdem wir ungefähr vier Stunden unterwegs gewesen waren, erwachte ich durch einen sehr lächerlichen Umstand. Als nämlich der Wagen kurz anhielt, konnten zwei oder drei junge Eingeborene ihre Neugier, mich schlafen zu sehen, nicht unterdrücken. Sie kletterten auf den Wagen und schlichen sich auf den Zehenspitzen an mein Gesicht. Dann steckte mir einer von ihnen die Spitze seines Speers in mein linkes Nasenloch, was mich wie ein Strohhalm kitzelte, sodass ich mehrere Male niesen musste. Während der übrigen Zeit marschierten wir voran. In der Nacht wurde gerastet. 500 Gardisten waren an jeder Seite aufgestellt. Die eine Hälfte trug Fackeln, die andere, mit Bogen und Pfeilen ausgerüstet, stand bereit, um auf mich zu schießen, sobald ich mich rühren würde. Am nächsten Morgen setzten wir uns bei Sonnenaufgang wieder in Bewegung und waren gegen Mittag kurz vor den Stadttoren. Der König kam uns mit seinem ganzen Hof entgegen. Die Offiziere ließen aber nicht zu, dass der König auf meinen Körper kletterte und sein Leben aufs Spiel setzte. Der Wagen hielt bei einem alten Tempel an, der der größte im ganzen Königreich war. Einige Jahre zuvor war darin ein Mord geschehen und seitdem benutzte das Volk den Tempel nicht mehr. Es hielt ihn für entweit und man hatte alle heiligen Gegenstände und Verzierungen daraus entfernt. Das Gebäude sollte meine Wohnung sein. Das große Tor war vier Fuß hoch und zwei Fuß breit, sodass ich bequem hindurchkriechen konnte. Auf jeder Seite des Tores befand sich ein kleines Fenster. Durch diese spannte der Hofschmied des Königs 91 Ketten, die mit 61 Schlössern an meinem linken Bein befestigt wurden. Dem Tempel gegenüber stand ein mannshoher Turm. Diesen bestieg der König mit dem ersten Adel seines Hofes, um mich zu sehen. Außerdem kamen mindestens 100.000 Menschen und ich glaube, dass nicht weniger als 10.000 mein Leib mit Leitern hochkletterten, trotz der Verbote meiner Wachen. Bald aber wurde diese Neugier bei Todesstrafe verboten. Als die Arbeiter sahen, dass meine Ketten sicher waren, durchschnitten sie alle Stricke, mit denen ich gefesselt war. Die Ketten an meinem linken Bein waren so lang, dass ich nicht nur vorwärts und rückwärts gehen konnte, sondern auch in das Tor kriechen und mich der Länge nach im Tempel ausstrecken konnte. Zweites Kapitel Als ich nun auf den Füßen stand, sah ich mich ein wenig um und ich muss gestehen, dass ich niemals eine so schöne Aussicht erblickt habe. Die Umgebung sah aus wie ein Garten und die Felder glichen Blumenbeeten. Sie waren umgeben von Wäldern. Links erblickte ich die Hauptstadt, die einer auf Theaterkulissen gemalten Stadt glich. Der König war bereits den Turm herabgestiegen und ritt auf mich zu, was ihm beinahe teuer zu stehen gekommen wäre. Sein Pferd, obgleich trefflich zugeritten, bäumte sich bei dem ungewohnten Anblick auf, denn es musste denken, ein Dark bewege sich vor seinen Augen. Der König jedoch, der ein vorzüglicher Reiter war, hielt sich im Sattel, bis seine Begleiter herbeieilten und das Pferd am Zaum hielten, sodass seine Majestät Zeit hatten, abzusteigen. Der König besah mich von oben bis unten mit großer Bewunderung, hielt sich aber immer aus dem Bereich meiner Ketten. Er befahl seinen Köchen und Kellermeistern, die schon gewartet hatten, mir Essen und Trinken zu reichen. Die Nahrung brachten sie mir mit Fuhrwerken. Zwanzig waren mit Fleisch, zehn mit Weinfässern beladen. Die Königin und die jungen Prinzen und Prinzessinnen saßen mit einem Gefolge vieler Damen in einiger Entfernung auf Stühlen. Bei dem Unfall des königlichen Pferdes standen sie auf und traten näher an seine Majestät heran, den ich jetzt genauer beschreiben will. Der König ist um die Breite meines Fingernagels größer als seine Hofleute. Und schon allein deshalb haben sie Ehrfurcht vor ihm. Seine Gesichtszüge sind stark und männlich, seine Nase gebogen, Leib und Glieder muskulös und seine Bewegungen anmutig, seine Haltung majestätisch. Er zählte 28 Dreivierteljahre. Sieben Jahre hatte seine glückliche und siegreiche Regierung schon gedauert. Um ihn besser betrachten zu können, legte ich mich auf die Seite, sodass ich sein Gesicht direkt vor meinem befand. Später habe ich ihn jedoch öfter in der Hand gehalten. Seine Kleidung war sehr einfach. Die Mode halb orientalisch, halb europäisch. Er trug auf dem Kopf einen leichten, goldenen, mit Juwelen geschmückten Helm, von dessen Spitze eine Feder herabhing. Er hielt sein diamantengeschmücktes Schwert gezogen in der Hand, um sich zu verteidigen, falls ich losbräche. Seine Stimme klang schrill, war aber deutlich, sogar wenn ich aufstand, konnte ich sie hören. Die Damen und Herren des Hofes waren sämtlich mit vieler Pracht gekleidet, sodass es schien, auf dem Orte, wo sie standen, sei ein mit gestickten Figuren in Gold und Silber geschmückter Rock, der Länge nach ausgebreitet. Seine Majestät erwies mir die Ehre, öfter mit mir zu reden und antwortete auch. Nur konnten wir einander nicht verstehen. Auch waren mehrere Priester und Rechtsgelehrte gegenwärtig anwesend, die den Auftrag hatten, mit mir zu sprechen. Ich wollte mich mit ihnen in allen Sprachen unterhalten, die ich nur einigermaßen sprechen konnte. Im Deutschen, Holländischen, Lateinischen, Französischen, Spanischen und im Italienischen. Aber es half nichts. Nach zwei Stunden gingen alle. Eine stärkere Wache wurde vor mir aufgestellt, um die Unverschämtheit und wahrscheinlich auch die Bosheit des Pöbels abzuwehren, welcher sehr begierig war, mir näher zu kommen, als er durfte. Einige schossen sogar ihre Pfeile auf mich ab, als ich auf dem Boden vor meinem Hause saß. Und ein Pfeil hätte beinahe mein linkes Auge getroffen. Der Oberst befahl, sechs der Anführer verhaften zu lassen und lieferte sie mir gefesselt aus. Ich nahm sie alle in meine rechte Hand, steckte fünf in meine Jackentasche und tat so, als wollte ich den sechsten lebendig essen. Der arme Mann schrie furchtbar, und der Oberst und seine Offiziere waren doch besorgt. Besonders als sie sahen, wie ich mein Messer aus der Tasche zog. Aber ich beschwichtigte bald diese Furcht, denn ich durchschnitt seine Fesseln und setzte ihn auf den Boden. Natürlich lief er fort. Die übrigen behandelte ich genauso, als ich sie einen nach dem anderen aus der Tasche gezogen hatte, und ich bemerkte, dass die Soldaten und das Volk über dieses Zeichen meiner Gnade erfreut waren, was auch sehr zu meinen Gunsten bei Hofe erzählt wurde. Gegen Abend erreichte ich mit einiger Schwierigkeit mein Haus und legte mich dort auf den Boden. Dies musste ich ungefähr 14 Tage lang tun, denn das Bett, was auf Befehl des Königs für mich gebaut wurde, war noch nicht fertig. 150 Betten, zusammengenäht, bildeten eine Matratze. Vier davon wurden übereinandergelegt, aber das war mir noch immer nicht bequem genug, denn der Fußboden war aus poliertem Stein. Außerdem bekam ich Kissen, Betttücher und Decken. Als ich die Nachricht von meiner Ankunft im Königreich verbreitete, strömte eine große Menge reicher, fauler und neugieriger Leute herbei, um mich zu sehen. Die Dörfer standen beinahe leer, und die Landwirtschaft wäre beinahe vernachlässigt worden, wenn seine königliche Majestät das nicht durch mehrere Staatsbefehle verhindert hätte. Er befahl, dass alle, die mich schon gesehen hätten, nach Hause kehren sollten und nicht ohne Erlaubnis des Hofes in die Nähe meines Hauses kommen durften. Mittlerweile hielt der König häufige Ratsversammlungen ab, um zu überlegen, was mit mir passieren solle. Ein besonderer Freund, zugleich ein Mann von höchstem Stande, der alle Geheimnisse kannte, hat mir später versichert, der Hof sei meinetwegen in großer Verlegenheit gewesen. Man fürchtete, ich könnte meine Fesseln zerreißen oder so viel essen, dass eine Hungersnot ausbrechen würde. Einige Male beschloss der Hof, mich verhungern zu lassen, oder mein Gesicht und meine Hände mit vergifteten Pfeilen zu beschießen, an denen ich bald gestorben wäre. Dann aber überlegte man wieder, dass durch so eine große Leiche eine Pest in der Hauptstadt ausbrechen könnte, die sich dann wahrscheinlich im ganzen Königreich verbreitet hätte. Während dieser Beratungen traten mehrere Offiziere an die Tür des Saales, wo der Rat versammelt war. Zwei von ihnen wurden eingelassen und berichteten, was ich mit den Verbrechern gemacht hatte. Das beeindruckte den König und den ganzen Rat so sehr, dass ein Befehl erlassen wurde, wonach alle Dörfer rund um die Hauptstadt jeden Morgen sechs Ochsen, vierzig Schafe und andere Nahrung für mich liefern sollten, darunter auch Brot, Wein und andere Getränke. Bezahlt wurde das alles aus der Schatzkammer des Königs. Auch wurden 600 Personen als meine Bediensteten angestellt, welche Lohn- und passend eingerichtete Zelte an den beiden Seiten meiner Tür als Wohnungen erhielten. Außerdem wurde befohlen, dass 300 Schneider mir einen Anzug nach der Mode des Landes nähen sollten. Sechs große Gelehrte sollten mich in der Landessprache unterrichten und die Pferde des Königs, die des Adels und der Garden sollten häufig vor mir zugeritten werden, damit sie sich an mich gewöhnten. Alle diese Befehle wurden ausgeführt. Nach ungefähr drei Wochen hatte ich große Fortschritte im Erlernen der Sprache gemacht und der König besuchte mich häufig und half meinen Lehrern beim Unterricht. Wir fingen bereits an, uns einigermaßen zu verständigen und das Erste, das ich lernte, war der Satz »Er möge mir bitte meine Freiheit schenken«. Ein Satz, den ich täglich kniend wiederholte. Seine Antwort, so viel ich verstehen konnte, lautete »Nur die Zeit könne meine Freiheit erwirken«. Er dürfe mich nicht ohne Zustimmung seines geheimen Rates freilassen und vorher müsste ich ihm und seinem Königreich Frieden schwören. Er riet, ich solle Geduld haben und mich gut betragen, um seine und die Achtung seiner Untertanen zu gewinnen. Er sagte außerdem, dass ich es ihm nicht übel nehmen dürfe, aber er würde bestimmten Beamten den Befehl erteilen, mich zu durchsuchen. Wahrscheinlich würde ich verschiedene Waffen mitgebracht haben, die wohl höchst gefährliche Dinge sein müssten, wenn sie meiner Größe entsprechen. Ich antwortete, dass ich nichts dagegen hätte, mich zu entkleiden und meine Taschen vor ihren Augen auszuleeren. Diese Antwort gab ich durch Zeichen, aber auch durch Worte. Der König sagte darauf, dass mich zwei seiner Beamten durchsuchen würden und dass ich alles, was sie mir wegnahmen, zurückbekommen und zu einem festgesetzten Preis zurückerstattet bekommen würde, sobald ich das Land verließ. Ich setzte die Beamten also auf meine Hand, steckte sie zuerst in die Taschen meiner Jacke und dann in die übrigen meiner Kleider. Nur nicht in einige kleine Täschchen in meinen Hosen, in denen ich sehr wichtige Gegenstände aufbewahrte, die ihnen jedoch egal sein konnten. In einer Tasche trug ich eine silberne Uhr und in der anderen einen Beutel mit einigem Geld. Da diese Herren Feder, Tinte und Papier bei sich hatten, schrieben sie eine genaue Liste von allem, was sie sahen und als sie fertig waren, setzte ich sie wieder auf den Boden und sie brachten die Liste dem König. Und das folgende stand auf dieser Liste. Erstens. In der rechten Tasche des großen Bergmenschen fanden wir nur ein großes Stück grauen Stoff, breit genug, einen Fußteppich für Eurer Majestät erstes Staatszimmer zu bilden. In der linken Tasche sahen wir eine große silberne Kiste mit einem Deckel von demselben Metall, welchen wir nicht öffnen konnten. Wir baten deshalb, ihn zu öffnen. Einer von uns trat hinein und stand bis zur Mitte des Beins in einer Art Staub, der uns ins Gesicht flog und uns beide heftig und mehrere Male niesen ließ. In seiner rechten Westentasche fanden wir ein ungeheures Bündel weißer und dünner Substanz, die übereinander gerollt und ungefähr so dicht war wie drei Menschen. Sie war mit einem starken Tau umwunden und mit schwarzen Figuren bezeichnet. In der linken Westentasche befand sich eine Art Maschine, von deren Rücken zwanzig lange Pfähle in die Höhe stachen, ähnlich den Palisaden vor dem Hofe Eurer Majestät. Hiermit kämmt sich der Bergmensch, wie wir vermuten, seine Haare. In der großen Tasche rechts seiner Hose sahen wir einen hohen Pfeiler aus Eisen von einer Mannslänge mit einem starken Stück Zimmerholz, noch größer als der Pfeiler. In der linken Tasche befand sich eine Maschine derselben Art. In der kleinen Tasche rechts waren mehrere runde und flache Stücke von weißem und rotem Metall. Einige weiße, wie es schien aus Silber bestehend, waren so groß, dass ich und mein Kamerad sie kaum in die Höhe heben konnten. In der linken Tasche waren zwei Pfeiler von unregelmäßiger Gestalt. Wir befahlen ihm, sie uns zu erklären, denn wir befürchteten nämlich, dieses könnten gefährliche Maschinen sein. Er sagte uns, in seinem Lande sei es Sitte, sich mit der einen zu rasieren und der anderen die Fleischspeisen zu zerschneiden. In zwei Taschen konnten wir nicht eindringen. Sie bestanden aus zwei breiten Schlitzen an dem oberen Teil seiner Hose. Aus dem rechten Behälter hing eine dicke silberne Kette mit einer wunderbaren Maschine am Ende. Wir befahlen ihm, sie herauszuziehen. Sie bestand aus einer Kugel, zur Hälfte aus Silber, zur Hälfte aus einem anderen durchsichtigen Metall. Als er die Maschine an unsere Ohren hielt, machte sie ein Geräusch dem einer Wassermühle ähnlich. Wie wir vermuten, ist es entweder ein unbekanntes Tier oder der Gott, den er verehrt. Wir glauben, es ist der Gott, denn er sagte uns, er tue selten etwas, ohne dieses Ding um Rat zu fragen. Er nannte es sein Orakel und sagte, es zeige die Zeit jeder Handlung seines Lebens. Aus der linken Tasche zog er ein Netz heraus, groß genug, um einem Fischer bei seiner Arbeit zu helfen. Es handelte sich, wie er uns sagte, um seinen Geldbeutel und wir fanden darin mehrere massive Stücke aus Gold, die sehr wertvoll sein müssen. Dann bemerkten wir einen Gürtel um seinen Leib, an welchem links ein Degen von fünffacher Mannslänge herabhing, rechts einen zwei Hälften geteilter Beutel. In einer dieser Hälften befanden sich Kugeln oder Bälle von sehr schwerem Metall, von der Dicke unserer Köpfe. Die andere Hälfte enthielt einen Haufen schwarzer Körner. Als man dem König diese Liste vorgelesen hatte, befahl er mir, alle genannten Dinge auszuliefern. Zuerst verlangte er meinen Degen, der fast überall noch glänzte, obwohl er durch das Seewasser etwas eingerostet war. Als ich den Degen hin und her schwang, erscholl von den Truppen ein lauter Ruf, teils vor Schreck, teils vor Überraschung. Die Sonne schien hell und der Lichtreflex blendete ihre Augen. Seine Majestät ist ein sehr mutiger König und erschrak weniger als ich dachte. Er befahl mir, den Degen wieder in die Scheide zu stecken und dann so sanft wie möglich auf den Boden zu legen. Dann wurde einer der hohlen, eisernen Pfeiler verlangt, womit sie meine Taschenpistolen meinten. Ich zog eine heraus und erklärte ihnen den Gebrauch. Dann lud ich sie nur mit Pulver aus meiner guten, dichten Pulvertasche, in die kein Seewasser dringen konnte. Zuvor ermahnte ich den König nicht zu sehr zu erschrecken und schoss dann in die Luft. Hunderte fielen wie tot zu Boden und sogar der König, obwohl er stehen blieb, erholte sich nicht so schnell von dem Schreck. Ich lieferte also meine Pistolen aus, auch meine Pulvertasche mit den Kugeln und bat darum, die Pulvertasche vom Feuer entfernt zu halten, denn der kleinste Funken würde den Inhalt sogleich entzünden und sein königlicher Palast könnte in die Luft fliegen. Ich gab ihnen auch meine Uhr, auf die der König sehr neugierig war. Er wunderte sich über ihr Geräusch und über die Bewegung des Zeigers. Außerdem gab ich ihnen mein Silber- und Kupfergeld, meine Börse mit neun großen Goldstücken und einigen kleineren, mein Taschen- und Rasiermesser, meine silberne Schnupftabaksdose, meinen Kamm, mein Schnupftuch und Tagebuch. Die Pistolen und die Pulvertasche wurden auf Wagen in die Vorratshäuser gebracht. Alles andere wurde mir jedoch zurückgegeben. Wie ich schon erzählt habe, hatte ich noch eine besondere Tasche, die sie bei ihren Durchsuchungen nicht bemerkten. Darin befand sich eine Brille, die ich wegen meiner schwachen Augen manchmal brauchte, ein Taschenteleskop und einige andere Geräte, die dem König nichts nutzen würden, weshalb ich sie auch nicht herausgeben wollte. Ich befürchtete nämlich, sie könnten verloren oder kaputt gehen, wenn ich sie ablieferte. Drittes Kapitel Meine Sanftmut und mein Gutes Betragen hatten den König und seinen Hof und auch dem Heer und dem Volk sehr gut gefallen, dass ich anfing zu hoffen, ich würde in Kürze freigelassen. Deshalb gab ich mir auch viel Mühe mit ihnen. Die Eingeborenen befürchteten allmählich weniger Gefahr. Manchmal legte ich mich nieder und ließ fünf oder sechs auf meinen Kopf klettern. Jungen und Mädchen spielten sogar Verstecken in meinen Haaren. Auch konnte ich schon die Landessprache viel besser verstehen. Eines Tages hatte der König den Einfall für mich ein Spektakel aufzuführen, worin sein Volk geschickter und prächtiger war als alle anderen, die ich kenne. Nichts gefiel mir aber so sehr wie ein Seiltanz, der auf einem dünnen weißen Faden ausgeführt wurde, der ungefähr eine Handbreit über dem Boden gespannt war. Da die Pferde des Heeres und der königlichen Stelle täglich an mir vorübergeführt wurden, waren sie nicht mehr so scheu, sondern kamen bis an meine Füße. Die Reiter sprangen mit ihren Tieren über meine Hand, wenn ich diese auf den Boden hielt. Ein Jäger des Königs sprang sogar einmal auf einem großen Rappen über meinen Fuß und das war wirklich ein wunderbarer Sprung. Am Tage darauf hatte ich das Glück, den König auf besondere Weise zu unterhalten. Ich baute aus hölzernen Stöcken ein Gerüst und band mein Schnupftuch an vier Stöcke, die ich aufrecht aufgestellt hatte. Ich zog es nach allen Seiten, bis es so gespannt war wie ein Trommelfell. Aus weiteren Stöcken baute ich eine kleine Brüstung um mein Schnupftuch. Als ich mein Werk vollbracht hatte, bat ich den König, er möge eine Truppe seiner besten Reiterei auf dieser Ebene exerzieren lassen. Seine Majestät stimmte zu und ich hob einen Offizier und die Reiter einen nach dem anderen beritten und bewaffnet hinauf. Sobald sie in Reihe und Glied aufgestellt waren, teilten sie sich in zwei Parteien, manövrierten in Scheingefechten, schossen mit stumpfen Pfeilen, zogen ihre Schwerter, flohen und verfolgten, griffen an und zogen sich zurück. Die Brüstung verhinderte, dass sie mit ihren Pferden von der Bühne hinabfielen und der König war über diese Unterhaltung so entzückt, dass er sie mehrere Tage lang zu wiederholen befahl. Er überredete sogar die Königin, sich mit ihrer Senfte hochheben zu lassen, damit sie eine gute Aussicht auf die Manöver hatte. Es war mein Glück, dass kein Unfall bei dieser Unterhaltung geschehen war. Nur einmal schlug ein feuriges Pferd, das ein Kapitän ritt, mit den Hufen hinten aus und riss ein Loch in das Schnupftuch. Sein Fuß rutschte aus und es stürzte mit seinem Reiter. Sogleich aber hob ich sie wieder auf und setzte sicherheitshalber die Truppen alle zurück auf den Boden. Das gestürzte Pferd hatte sich die Hinterbeine verrenkt. Der Reiter war nicht verletzt. So gut wie möglich besserte ich mein Schnupftuch wieder aus, traute aber seiner Haltbarkeit nicht länger. Ungefähr zwei oder drei Tage früher war ich freigelassen worden. Als ich das Kunststück mit den Reitern aufführte, kam plötzlich ein Kurier an, um seine Majestät zu benachrichtigen, dass einer seiner Untertanen einen Fund gemacht habe. Er war in der Gegend des Ortes, wo ich gefunden wurde, spazieren geritten und hatte ein großes schwarzes Etwas von sonderbarer Form auf dem Boden erblickt. Mehrere seien einige Male herumgegangen und dann auf seinen Gipfel geklettert. Es war flach und eben und sie bemerkten durch Stampfen, dass dieses Etwas innen hohl sei. Sie waren der Meinung, dieses Etwas gehöre dem Bergmenschen und wenn seine Majestät es befehle, würden sie es mit fünf Pferden herbeischaffen. Ich wusste, was sie beschrieben und freute mich sehr über diese Nachricht. Sie hatten nämlich meinen Hut gefunden. Ich bat darauf, seine königliche Majestät ermöge Befehlen, mir ihn so schnell wie möglich überbringen zu lassen. Am nächsten Tage kamen dann auch die Fuhrleute mit ihm an, brachten ihn aber in keinem guten Zustand. Sie hatten in den Rand zwei Löcher gebohrt und in den Löchern zwei Haken befestigt und ihn auch nicht auf einen Wagen geladen, sondern mit langen Stricken an das Geschirr der Pferde gebunden, die ihn ungefähr eine halbe englische Meile auf dem Boden hinter sich herschleiften. Aber da dieses Land außerordentlich eben und sanft ist, wurde mein Hut weniger beschädigt, als ich befürchtet hatte. Zwei Tage nach diesem Abenteuer befahl der König, sein Heer solle sich zum Marsch bereithalten. Er hatte nämlich die Idee, sich auf sonderbare Weise zu unterhalten. Er wünschte, dass ich mich wie ein Koloss mit breiten Beinen aufstellen sollte. Dann befahl er seinem Schieren zu lassen, bei Trommelschlag, wehenden Fahnen und angelegten Lanzen. Dieses Chor bestand aus 3000 Mann Infanterie und 1000 Mann Kavallerie. Ich hatte so viele Bittschriften wegen meiner Freilassung geschickt, dass der König die Sache im versammelten Staatsrat besprach. Dort gab es keinen Widerstand, nur von Sküres Bolgolam, der mein Todfeind zu seinen schien, ohne dass ich ihn. Dieser Sküres Bolgolam war Admiral des Reiches. Der König vertraute ihm sehr, aber er war ein mürrisches Wesen. Zuletzt gab er dann doch nach und es wurde bestimmt, dass er die Bedingungen für meine Freilassung niederschreiben sollte. Sküres Bolgolam brachte die Bedingungen persönlich und wurde dabei von seinen Untersekretären begleitet. Nachdem man sie mir vorgelesen hatte, musste ich einen Eid ablegen, zuerst einen wie in meinem Vaterland und dann einen nach ihren Gesetzen. Ich musste meinen rechten Fuß mit der linken Hand packen und den Mittelfinger der rechten Hand über die Stirne und den Daumen an das rechte Ohr legen. Vielleicht seid ihr als großmächtigste König von Lilliput Entzücken und Freude der Welt dessen Reich sich bis an den Rand der Erde ausdehnt Monarch aller Monarchen größer gewachsenen Wuchses als die Söhne der Menschen auf dessen Wink die Fürsten der ganzen Welt mit den Knien zittern süß wie der Frühling voll Behaglichkeit wie der Sommer fruchtbar wie der Herbst furchtbar wie der Winter Seine Bedingungen er feierlich beschwören muss 1. Der Bergmensch darf unser Reich nicht ohne mit unserem Reichssiegel versehene Erlaubnis verlassen 2. Er darf ohne besonderen Befehl unsere Hauptstadt nicht betreten und wenn doch sollen die Einwohner zwei Stunden vorher gewarnt werden damit sie ihre Häuser nicht verlassen 3. Der Bergmensch darf nur auf unseren Hauptstraßen spazieren gehen und sich nicht auf Wiesen oder Darauf herum laufen 4. Wenn er auf den Hauptstraßen spazieren geht soll er äußerst vorsichtig sein damit er nicht auf unsere geliebten Untertanen ihre Pferde oder Wagen tritt er soll auch keinen unserer Untertanen ohne besondere Erlaubnis auf die Hand nehmen 5. Wenn ein Kurier besonders schnell seine Aufgabe erfüllen muss so soll der Bergmensch den Kurier und sein Pferd sechs Tagesreisen in seiner Sechstens Er soll unser Verbündeter gegen unseren Feind auf der Insel Blefuscu sein und alles Machbare tun um ihre Flotte zu zerstören die jetzt gerade einen Angriff auf uns vorbereitet Siebtens Der Bergmensch soll unsere Arbeiter unterstützen besonders große Steine aufzuheben die für die Mauer unseres Parks und andere königliche Gebäude verwendet werden sollen Achtens Der Bergmensch soll wie groß unser Königreich ist Dazu soll er einmal unsere gesamte Küste entlang laufen und dann anhand der Zahl seiner Schritte die Größe berechnen Neuntens und als letztes Der Bergmensch soll eine tägliche Ration von Speise und Trank erhalten die für 1824 unserer Untertanen ausreichend ist sowie das Recht den König zu besuchen und Geschenke von ihm zu bekommen Ich schwor und unterzeichnete alle diese Bedingungen mit großer Freude und Zufriedenheit Auch wenn einige nicht so ehrenvoll waren wie ich es mir gewünscht hatte Aber das hatte ich der Bosheit des Großadmirals Skirash zu verdanken Meine 1824 1824 Lilliputter genügen würde Daher fragte ich einen meiner Freunde bei Hofe wie man gerade auf diese Zahl gekommen sei und er antwortete dass die Mathematiker die Größe meines Körpers berechnet hätten und in ihnen mindestens 1824 von ihnen passen müssen und ich deshalb ebenso viel Nahrung brauche wie diese Menge an Lilliputtern Viertes Kapitel Ich wünschte mir sehr die Hauptstadt sehen zu dürfen und bat den König Mildendo besuchen zu dürfen Der König stimmte meiner Bitte zu Jedoch sollte ich darauf achten weder den Einwohnern noch den Häusern Schaden zuzufügen Das Volk wurde von meiner Absicht benachrichtigt Ich machte einen Schritt über das große Tor und die Stadt Mauer hinweg und ging sehr vorsichtig und leise durch je eine der zwei Hauptstraßen Ich beobachtete alles mit größter Vorsicht um nicht einige der Lilliputter die vielleicht noch in den Straßen herum liefen zu zertreten obwohl der Befehl sehr streng war dass alle Leute nicht aus ihren Häusern gehen sollten In den Dach Fenstern und Giebeln der Häuser sah ich sehr viele Zuschauer Die Stadt ist wie ein Viereck gebaut und groß genug dass Städen und Märkte reichlich mit Waren versehen Das Königspalast liegt mitten in der Stadt wo sich die beiden Hauptstraßen kreuzen und wird von einer hohen Mauer umringt Ich hatte die Erlaubnis seiner Majestät über diese Mauer zu schreiten Da zwischen der Mauer und dem Palast genug Platz war konnte ich ihn mir genauer ansehen Leider konnte ich nicht in den Palast hinein denn die großen Eingangstore waren für mich zu klein Trotzdem wünschte der König dass ich mir die Pracht seines Palastes genau besah Also legte ich mich in dem inneren Hof nieder und hielt mein Gesicht an die Fenster des mittleren Stockwerks welche man extra dafür offengelassen hatte Ich sah die prächtigsten Gemächer die man sich nur vorstellen kann Auch sah ich die Königin mit den jungen Prinzen in ihren verschiedenen Räumen umringt von ihren Begleitern Eines Morgens ungefähr 14 Tage nachdem ich freigelassen worden war kam Redresal erster Sekretär für Privatangelegenheiten des Königs zu meiner Wohnung und zwar nur in Begleitung eines einzigen Dieners Seinen Wagen ließ er in einiger Entfernung warten und bat mich um eine Audienz Ich bot ihm an mich niederzulegen damit er bequemer an mein Ohr käme aber er wollte dass ich ihn während des Gesprächs auf der Hand hielt er beglückwünschte mich zu meiner Freiheit und berichtete dann dass es im Königreiche zwei große Übel gäbe zum einen gibt es zwei zerstrittene Parteien im Inneren und die Gefahr eines äußeren Angriffs von einem mächtigen Feind bei den Parteien handelte es sich um Tramexan und Slamexan die wegen der Absätze ihrer Schuhe so hießen und seit siebzig Monaten miteinander in Streit lagen Schuhabsätze sind nämlich unsere Abzeichen und wir glauben dass hohe Absätze sehr gut für alte Leute sind der König hat jedoch beschlossen dass in der Verwaltung und Regierung allein die niedrigen Absätze zugelassen sind und denen die sie tragen alle Ämter des Königreiches zu geben Die miteinander essen oder trinken oder sogar reden Wir glauben dass die Tramexan oder hohen Absätze viel mehr sind als wir aber die Staatsgewalt liegt dennoch in unserer Hand Wir haben aber Sorge dass der Thronerbe sich auf die Seite der hohen Absätze stellt Das haben wir dadurch bemerkt dass einer seiner Absätze höher ist als der andere weshalb er beim Gehen hinkt Und jetzt werden wir auch noch von der Insel Blefuscu bedroht dem zweitgrößten Reich der Welt fast so groß und mächtig wie das unsere Lilliput und Blefuscu diese beiden großen Mächte führen seit 36 Monaten einen heftigen Krieg miteinander und der begann auf folgende Weise Überall öffnet man sein Frühstück Ei so dass man die dickere Seite der Schale zerbricht oder abschneidet aber der Großvater seiner Majestät schnitt sich als er als Junge ein Ei essen wollte bei dieser Gelegenheit in den Finger darauf verbot sein Vater allen Untertanen bei schwerer Strafe das dickere Ende des Eies zu öffnen das Volk war deshalb sehr wütend und es gab sechs Aufstände ein König verlor dabei sein Leben ein anderer seine Krone viele Bürger flüchteten in das Reich Blefuscu es wurde berechnet dass fast elftausend Personen lieber gestorben wären als die Eier an den kleinen Enden zu öffnen viele hunderte von dicken Büchern sind über diesen Streit geschrieben worden aber die Bücher der Breitendigen sind schon lange verboten und jetzt aber haben die verbannten Breitendigen so viel Einfluss beim Hofe des Königs von Blefuscu und so viel Unterstützung für ihre Partei hier in unserem Land Ergebnis während dieser Zeit haben wir 40 große und noch viel mehr kleinere Schiffe so wie 30.000 unserer besten Soldaten und Matrosen verloren aber der Verlust des Feindes ist noch etwas größer trotzdem hat er jetzt eine große Flotte ausgerüstet und bereitet sich auf einen Überfall auf unsere Küste vor Seine königliche Majestät hofft nun auf ihre Tapferkeit und Kraft und hat mir deshalb befohlen euch von allem zu berichten ich bat den Sekretär dem König zu überbringen dass ich gehorsam sein werde auch wenn ich glaube dass es mir als Fremdem nicht zustehe mich in Streitigkeiten einzumischen aber ich würde mein Leben riskieren um seine Person und sein Reich gegen einen Angriff zu verteidigen Fünftes Kapitel Lilliput ist durch einen breiten Kanal von der Insel Blefusco Ich hatte sie noch nicht gesehen und wollte auch nicht auf jener Seite der Küste erscheinen damit mich die feindlichen Schiffe nicht bemerkten welche bis jetzt noch nichts von mir wussten Ich übergab seiner Majestät einen von mir ausgedachten Plan die ganze feindliche Flotte zu erobern welche wie unsere Spione uns berichteten im Hafen vor Anker lag und beim ersten günstigen Winde absegeln wollte Ich fragte die erfahrensten Matrosen nach der Tiefe des Kanals den sie gut kannten und erfuhr dass derselbe bei Flut in der Mitte etwa Mannstief war sonst mir bis zur Brust reichen würde Hierauf ging ich zur Nordküste Blefuscu gegenüber legte mich hinter einen Hügel zog mein kleines Taschenteleskop hervor und beobachtete die vor Anker liegende Flotte des Feindes Dann kehrte ich in mein Haus zurück und gab Befehl mir eine große Menge dicke Seile und eiserne Stangen herbeizuschaffen Dazu war ich nämlich durch einen Befehl des Königs berechtigt Diese Seile waren ungefähr von der Dicke eines Bindfadens und die eisernen Stangen von der Länge und Form einer Stricknadel Ich verdreifachte die Seile um sie stärker zu machen und drehte aus Haken an ebenso viele Seile geknüpft hatte kehrte ich zurück zur Nordostküste zog Jacke Schuhe und Strümpfe aus und ging ungefähr eine Stunde vor der Flut in die See hinein Ich wartete so schnell ich konnte und schwamm in der Mitte ein Stück bis ich wieder Boden fühlte In weniger als Dann nahm ich meine Haken und Seile befestigte einen an jeder Vorderseite eines Schiffes und band alle Stricke am Ende zusammen Während ich dies tat schoss der Feind eine Salve von mehr als tausend Pfeilen ab von denen mehrere in meinem Gesicht und meinen Händen stecken blieben und abgesehen von dem Schmerz meiner Arbeit erschwerten Am meisten war ich um meine Augen besorgt und sie wären wohl auch getroffen worden wenn mir nicht meine Brille eingefallen wäre die ich an einer besonderen kleinen Tasche meiner Hose bei mir trug Ich nahm sie heraus setzte sie auf meine Nase und konnte nun trotz der feindlichen Pfeile von denen mehrere das Glas meiner Brille trafen jedoch keinen Schaden verursachten weiter arbeiten Als ich alle Haken befestigt hatte nahm ich den Knoten in meiner Hand und begann zu ziehen aber kein Schiff bewegte sich von der Stelle denn sie waren alle an den Ankern befestigt Jetzt kam der anstrengendste Teil meines Unternehmens Ich ließ den Strick los nahm mein Messer und schnitt damit die Ankertauer der Schiffe durch wobei mich ungefähr 200 Schüsse in Gesicht und Hände trafen Dann nahm ich wieder das zusammengeflochtene Ende der Seile und zog ganz leicht 50 der feindlichen Kriegsschiffe hinter mir her Die Blyphus Kudia waren zuerst erstaunt und verwirrt Sie hatten gesehen wie ich die Ankertau durchschnitt und glaubten zuerst ich wolle die Schiffe flott machen damit sie aufeinander stießen und dadurch Schaden litten Dann aber sahen sie wie ich die ganze Flotte von ihnen vorzog und ließen einen lauten Ruf des Schmerzes und der Verzweiflung erschallen Als ich außer Gefahr war hielt ich eine Weile an um die Pfeile aus Hand und Gesicht heraus zu ziehen Dann rieb ich mich mit der Salbe ein die mir die Lilliput gegeben hatten und die mir früher schon sehr geholfen hatte Dann nahm ich meine Brille ab wartete bis die Flut ein wenig gefallen standen am Ufer und waren gespannt auf den Ausgang des großen Abenteuers sie sahen wie die Schiffe näher kamen konnten mich aber nicht erkennen da mir das Wasser bis zur Brust reichte sie bekamen große Angst und der König glaubte ich sei ertrunken und die feindliche Flotte greife an aber seine Besorgnis verschwand bald denn da der Kanal mit jedem Schritt flacher wurde erkannten sie mich bald und ich rief mit lauter Stimme lange lebe der großmächtigste König von Lilliput der König ernannte mich auf der Stelle zum Nardag dem höchsten Würdenträger seines Königtums seine Majestät wünschte sich dass ich an einem anderen Tag auch alle übrigen feindlichen Schiffe in seinen Hafen hole er wollte nämlich das ganze Reich von Blefuscu erobern und dann durch einen und er wollte das ganze eroberte Volk dazu bringen ihre Eier an den kleineren Enden zu öffnen wodurch er der Herrscher der ganzen Erde geworden wäre ich versuchte ihm diesen Plan auszureden und erklärte sehr deutlich dass ich kein Werkzeug sei um ein freies und tapferes Volk zu Sklaven zu machen auch im Staatsrat waren die klügsten Minister auf meiner Seite diese offene und kühne Erklärung widerstrebte dem König sehr so dass er mir meinen Einwand nie vergab andere die im Geheimen meine Feinde waren tadelten mich und seit dieser Zeit begann eine Intrige gegen mich die beinahe mit meiner Vernichtung geendet hätte drei Wochen nach meiner Tat kam eine feierliche Gesandtschaft von Blefuscu und bat demütig um Frieden dieser wurde auch unter sehr günstigen Bedingungen für Lilliput geschlossen aber ich will euch Hörer damit nicht langweilen die Gesandtschaft bestand aus sechs Personen und einem Gefolge von ungefähr 500 als der Traktat abgeschlossen war besuchten mich die Gesandten in aller Form und Etikette sie machten viele Komplimente über meine Kraft und meinen Großmut und luden mich im Namen ihres Herren ein sein Königreich zu besuchen ich antwortete ihnen dass ich die Einladung annähme und vor meiner Abreise in mein Heimatland ihren König besuchen würde als ich die nächste Audienz bei unserem König hatte bat ich ihn im Allgemeinen um die Erlaubnis den blefuskuschen König besuchen zu dürfen er erteilte sie mir jedoch war er dabei sehr kühl zu mir den Grund konnte ich allerdings nicht erraten bis jemand mir zuflüsterte dass mein Gespräch mit den Gesandten belauscht worden war und man dem König berichtete ich würde nicht länger auf seiner Seite stehen ich muss noch erwähnen dass die Gesandten sich durch einen Dolmetscher mit mir unterhielten denn die Sprachen beider reiche sind sehr unterschiedlich unser König zwang die Gesandten jedoch ihre Reden im Lilliputischen zu halten dazu muss ich sagen dass die meisten Personen die an den Küsten wohnen beide Sprachen sprechen können der Grund liegt in der großen Handelsverbindung beider Staaten in der ständigen Aufnahme der Verbanden beider Reiche und der Gepflogenheit junge Männer von Adel und Vermögen in das andere Reich zu schicken damit sie die Welt andere Menschen und ihre Sitten kennenlernen die Sprachkenntnis kam mir einige Wochen später als ich dem König von Blefuscu meine Aufwartung machte sehr gelegen der Besuch fand inmitten meines Unglücks statt das durch die Bosheit meiner Feinde entstanden war und sich als ein höchst glückliches Ereignis für mich erwies doch davon erzähle ich später eines Nachts wurde ich plötzlich um Mitternacht durch das Geschrei mehrerer Hundert vor meiner Tür aufgeweckt und erschrak ich hörte das Wort Burglum unaufhörlich wiederholt mehrere Hofleute des Königs baten mich sofort zum Palast zu kommen wo in den Zimmern der Königin ein Feuer ausgebrochen war sogleich sprang ich auf und bemühte mich zum Palast zu gelangen ohne die Menschen zu zertreten als ich ankam sah ich dass man schon Leitern an die Gemächer angelegt hatte und mit Wassereimern versuchte das Feuer zu löschen die Eimer waren so groß wie ein Finger und der prächtige Palast wäre niedergebrannt wäre mir nicht plötzlich die rettende Idee gekommen am Abend zuvor hatte ich sehr viel von einem köstlichen Wein getrunken zum großen Glück hatte ich mich noch nicht erleichtert so trat ich an die Flammen öffnete meine Hose und löschte die Feuersbrunst in drei Minuten und der schöne Palast war gerettet ich kehrte in meine Wohnung zurück ohne dem König einen Besuch abzustatten weil ich nicht wusste ob seine Majestät mich bestrafen würde denn durch die Gesetze des Reiches war es nämlich jedem bei Todesstrafe verboten sich innerhalb der Palast Mauern zu erleichtern zwar erhielt ich eine Botschaft seiner Majestät er werde mir von seinem Justizminister eine Verzeihungsurkunde in aller Form ausstellen lassen aber ich hatte sie noch nicht erhalten und mir kam zu Ohren dass die Königin furchtbar erschaudert war über meine Tat und beschlossen hatte nie wieder in ihren früheren Zimmern zu leben sie schwor mir in Gegenwart ihrer Hofdamen furchtbare Rache sechstes Kapitel ihr Hörer seid sicher neugierig wie es im Lande Lilliput so aussieht und zugeht deshalb möchte ich hier einiges beschreiben die Eingeborenen sind etwa handgroß und dementsprechend ist es bei den übrigen Tieren Pflanzen und Bäumen die größten Pferde und Ochsen sind ein bisschen weniger als handhoch die Schafe ungefähr fingergroß und die Gänse so groß wie ein Spatz ihre Schrift ist sehr sonderbar denn sie schreiben nicht wie wir von der linken zur rechten Seite auch nicht von der rechten zur linken wie in Arabien noch von oben nach unten wie die Chinesen sondern quer über das Papier von einer Ecke des Blattes zur anderen die Lilliputter sind der Meinung Eltern dürfe man am wenigsten die Erziehung der Kinder anvertrauen deshalb gibt es in jeder Stadt öffentliche Anstalten wohin alle Eltern ihre Kinder schicken müssen damit diese dort erzogen werden die Unterrichtsanstalten für Knaben von hoher Geburt der Kinder sind sehr einfach die Eltern dürfen ihre Söhne nur zweimal im Jahre sehen der Besuch dauert dann nur eine Stunde und es ist ihnen nicht erlaubt ihren Kindern Geschenke Spielzeug und Zuckerwerk mitzubringen die Kosten für die Erziehung und die Ernährung eines jeden Kindes müssen die Eltern bezahlen die Erziehungsanstalten für Kinder von Kaufleuten Kleinhändlern und Handwerkern sind in derselben Art eingerichtet nur werden Kinder schon mit elf Jahren in die Lehre gegeben während die Kinder aus höheren Ständen ihre Studien bis zum 15 Jahr fortsetzen welches bei uns dem 21 Jahr entspricht in den weiblichen Erziehungsanstalten werden die jungen Mädchen von Stande in ähnlicher Weise wie die Knaben erzogen nur beim Sport müssen die Mädchen nicht dieselbe Körperkraft wie die Jungen haben dafür lernen sie aber Wichtiges zum Führen eines Haushaltes haben die Mädchen das zwölfte Jahr erreicht das in Lilliput als heiratsfähiges Alter gilt so werden sie von den Eltern nach Hause gebracht die ärmeren Familien meist Bauern und Taglöhner behalten ihre Kinder zu Hause da ihr einziges Geschäft im Pflügen und in der Landwirtschaft besteht an dieser Stelle möchte ich von meinem Leben in diesem Lande während meines Aufenthalts von neun Monaten und 13 Tagen erzählen da ich gern handwerklich arbeite und zugleich durch die Not dazu gezwungen wurde baute ich mir aus den größten Bäumen des Parks einen sehr bequemen Stuhl und einen Tisch 200 Näherinnen nähten mir Hemden sowie Bett und Taschentücher und zwar von dem stärksten Leinenstoff den sie sich beschaffen konnten die Näherinnen nahmen meine Maße als ich auf dem Boden lag die eine stand an meinem Halse die andere an meinen Knien und beide hielten eine lange Schnur straff angespannt während eine dritte mit einem Maßstab die Schnur ausmaß außerdem maßen sie auch mein altes Hemd ab das ich als Muster auf den Boden ausgebreitet hatte 300 Schneider nähten zudem eine neue Jacke 300 Köche kochten mein Essen in kleinen Hütten wo sie mit ihren Familien wohnten und die in der Nähe meines Hauses gebaut wurden jeder Koch lieferte mir zwei Gerichte und hunderte Diener brachten es mir aber auch Fässer voll Wein und Likören alles dies zogen sie mit Stricken zu mir hinauf jedes Fleischgericht gab einen Mund voll und ein Weinfass einen guten Schluck das Lilliputische Hammelfleisch ist nicht so gut wie das unsrige aber ihr Rindfleisch Keule gegessen dass ich sie mit nur drei Bissen aufgegessen hatte Gänse und Truthühner steckte ich auf einmal in den Mund und ich muss gestehen sie schmeckten besser als die unsrigen seine königliche Majestät die von meiner Art zu essen gehört hatte erwies mir eines Tages mit seiner königlichen Gemahlin und den Kindern die hohe Gnade wie sich die Königin herablassend ausdrückte mit mir zu Mittag zu essen Flimnap der Finanzminister war auch dabei und ich merkte dass er mich oft grimmig ansah ich tat aber so als ob ich dies nicht bemerkte sondern aß nun um alle in erstaunen zu versetzten sogar noch mehr als gewöhnlich Minister Flimnap war stets mein Feind gewesen obwohl er immer sehr nett zu mir tat er erzählte jetzt dem König wo er sah wie viel ich aß vom schlimmen Zustand seiner Finanzen er werde gezwungen sein einen Kredit aufzunehmen Staatsschulden zu machen und dass ich den König bereits anderthalb Millionen Spruchs gekostet dies ist die größte Lilliputsche Goldmünze kurz es sei anzuraten dass seine Majestät die erste passende Gelegenheit benutze sich meiner zu entledigen siebentes Kapitel bevor ich euch von meiner Abreise berichte möchte ich großen Fürsten und Minister gegen mich und mein Leben erwähnen ich war gerade damit beschäftigt meine Vorbereitungen für den Besuch beim König von Blefuscu zu treffen da kam ein bei Hofe einflussreicher Herr auf heimlichen Wegen mitten in der Nacht und in einer Sänfte in meine Wohnung und bat um eine Unterredung die Sänftenträger wurden fortgeschickt und ich steckte die Sänfte in der seine Lordschaft noch saß in meine Jackentasche befahl meinem vertrauten Diener den übrigen Dienern zu sagen ich sei krank und habe mich schlafen gelegt verschloss meine Haustür und stellte die Sänfte auf den Tisch vor den ich mich setzte seine Lordschaft war sehr unruhig und als ich nach dem Grund fragte berichtete der Lord dass es da eine Sache gäbe die mein Leben und meine Ehre im höchsten Grade bedrohe er berichtete davon dass vor zwei Tagen eine Versammlung des Geheimrates stattfand und der König einen bestimmten Entschluss gefasst habe ihr sollt euch anhören was genau der Lord zu mir sagte es ist ihnen bekannt dass Gerrish Bolgolam Großadmiral seit ihrer Ankunft ihr größter Feind ist die ursprünglichen Gründe kenne ich Blefuscu wodurch sein eigener Ruhm als Admiral weniger wurde er sowie auch Flimnap der Finanzminister der General Limtok der Kammerherr Lalkon und Balmav und der Justizminister haben eine Anklage auf Hochverrat und andere Verbrechen gegen sie eingereicht ich war sehr erschrocken über diese Worte und unterbrach den Lord denn ich war unschuldig er bat mich jedoch zu schweigen und setzte seine Rede für die Gefälligkeiten die sie mir erwiesen habe ich mir eine Abschrift der Anklage verschafft die ich ihnen jetzt überreiche auch wenn es mich meinen Kopf kosten kann Anklage gegen Quimbus Flestrin den Bergmenschen Obwohl es durch ein Gesetz aus der Regierung seiner königlichen Majestät geregelt ist dass jeder der seine Blase innerhalb der Mauern des königlichen palastes erleichtert wegen Hochverrats bestraft wird so hat besagter Quimbus Flestrin unter dem Vorwand eine Feuersbrunst in den Gemächern der geliebten Gemahlin seiner Majestät zu löschen höchst boshaft teuflisch und verräterisch durch das Entleeren seiner Blase diese Feuersbrunst gelöscht damit hat er eindeutig gegen das Verbot verstoßen als besagter Quimbus Flestrin die königliche Flotte von Blefuscu in den königlichen Hafen von Lilliput gebracht hatte und seine königliche Majestät ihn bat alle übrigen Schiffe des Königs von Blefuscu zu erobern und sein Reich in eine unterworfene Provinz zu verwandeln und alle Einwohner des Reiches die breitendige Ei-Esserei nicht aufgeben wollen zu vernichten zu zerstören und zu töten hat er wie ein falscher Verräter bei dem König eine Bittschrift eingereicht dieses nicht tun zu müssen da er es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren könne Auch hat er als Gesandte des Hofes von Blefuscu am Hofe seiner Majestät um Frieden baten ihnen seine verräterische Hilfe angeboten Außerdem trifft Quimbus Flestrin gegenwärtig Vorbereitungen zu einer Reise nach Blefuscu und da er nur eine mündliche Erlaubnis von seiner Majestät dazu erhalten hat verletzt er damit unsere Gesetze Er will auf falsche und verräterische Weise diese Reise unternehmen und dadurch den König von Blefuscu mit dem sich seine königliche Majestät noch vor kurzem im offenen Krieg befand unterstützen und ermutigen Es gab noch weitere Anklagen aber das hier waren die wichtigsten Jedoch muss ich eingestehen dass seine königliche Majestät bei den Debatten wegen dieser Anklage oft auf ihrer Seite stand und sich auf die bedeutenden Dienste berief die sie dem Staate erwiesen haben und so ihre Schuld zu mildern versuchte Der Finanzminister und der Admiral bestanden darauf man solle sie eines schmerzhaften Todes sterben lassen indem man ihr Haus anzünde Der General wollte sie mit 20.000 vergifteten Pfeilen beschießen lassen und ihre Diener sollten den Befehl erhalten ihre Betttücher und Hemden mit Gift zu bestreuen von dem sie getötet wurden aber seine Majestät beschloss ihr Leben zu retten er befahl seinem ersten Sekretär ihrem Freunde Redresal seine Meinung ebenfalls zu sagen dieser gehorchte und gestand dass ihre Verbrechen zwar groß seien der König aber Gnade walten lassen könne dies sei nach den Gesetzen möglich die ganze Welt wisse von der Freundschaft zwischen ihm und ihnen und wenn der König ihr Leben verschonen und sie blenden lassen wolle so denke er dass der Gerechtigkeit hierdurch genügt werde und dass die ganze Welt die Milde des Königs loben müsse Mit diesem Vorschlag war der Rat nicht einverstanden Bol Gullam der Großadmiral erhob sich für eine zu milde Strafe halte so könne man sich ja später noch eine Bestrafung überlegen darauf bat der Sekretär ihr Freund noch einmal umgehör um auf die Behauptung des Finanzministers hinsichtlich der hohen Kosten ihrer Ernährung zu antworten er schlug vor man könne ja ihre Nahrung vermindern aus Mangel an Essen würden sie dadurch langsam schwach und in wenigen Monaten sterben ich regen muss ich sogleich genauso heimlich wieder zurückkehren wie ich gekommen bin seine Lordschaft entfernte sich und ich blieb sehr beunruhigt allein zurück ich überlegte hin und her was ich nun tun sollte ich wollte Widerstand leisten denn solange ich noch in Freiheit war konnte mir die ganze Kriegsmacht des Reiches nichts anhaben und ich hätte die Hauptstadt in einen Trümmerhaufen verwandeln können aber diese Gedanken verwarf ich denn ich dachte an meinen Eid den ich dem König geschworen hatte dann fasste ich einen Entschluss ich schrieb meinem Freund dem Sekretär einen Brief worin ich ihm erklärte noch heute morgen nach Blefuscu mit der erhaltenen Erlaubnis abzureisen ich wartete nicht auf die Antwort und ging zu dem Platz am Ufer wo unsere Flotte lag ich ergriff ein großes Kriegsschiff band ein Seil daran fest lichtete die Anker zog meine Kleider aus und legte sie zusammen mit meiner Bettdecke die ich unter dem Arme getragen hatte auf das Schiff und zog es hinter mir her und erreichte wartend und schwimmend den königlichen Hafen von Blefuscu wo das Volk mich schon lange erwartet hatte man stellte mir zwei Führer zur Seite die die in die Hauptstadt brachten ein großes Stück vor dem Stadttor hielten wir an und ich bat sie dann meine Ankunft in der Hauptstadt zu melden nach ungefähr einer Stunde erhielt ich die Nachricht dass seine Majestät mit der königlichen Familie und den Großbeamten des Reiches die Stadt verlassen habe um mich zu empfangen der König mit seinem Gefolge stieg vom Pferd die Königin und Paares zu küssen ich begrüßte seine Majestät und sagte ich sei mit Erlaubnis meines Herrn des Königs gekommen von meiner Ungnade erzählte ich kein Wort weil ich bis dahin offiziell davon keine Kenntnis hatte und deshalb tun konnte als wisse ich nichts von allem auch glaubte ich nicht der König werde das Geheimnis entdecken es ergab sich jedoch bald dass ich mich in diesem Punkt getäuscht hatte teils aus Neugier teils aus Langeweile ging ich drei Tage später an der Ostküste der Insel spazieren und erblickte in der Ferne etwas auf dem Meer schwimmen das wie ein umgekipptes Boot aussah ich zog Schuhe und Strümpfe aus wartete ein Stück hinaus und sah deutlich dass es ein echtes Boot aus meinen Landen war welches irgendein Sturm wie ich vermutete vom Schiff losgerissen haben musste schnell kehrte ich zur Stadt zurück und bat den König mir 20 seiner größten Schiffe zu leihen die nach dem Verlust seiner Flotte noch übrig waren und 300 Seeleute unter dem Befehl seines Vize-Admirals diese Flotte segelte zu dem Orte wo ich das Boot zuerst entdeckt hatte während ich dorthin wartete die Flut hatte es noch näher an die Küste getrieben die Matrosen warfen mir das Ende eines Stricks zu das ich an der Vorderseite des Bootes befestigen wollte aber da das Wasser so tief war und ich nicht stehen konnte schaffte ich es nicht da schwamm ich hinter das Boot und stieß es mit einer Hand so oft ich konnte vorwärts die Flut war hierbei behilflich und so schaffte ich es das nur an die Schultern reichte und damit war der schwierigste Teil der Arbeit vollbracht ich nahm die Seile die in einem Kriegsschiff transportiert worden waren befestigte sie zuerst am Boot und dann an neuen Schiffen die zu meiner Verfügung standen der Wind war günstig das Boot wurde ins Schlepptau genommen und ich schob bis wir nah am Ufer waren dann wartete ich bis die Flut vorüber war nun lag das Boot auf dem Trockenen und ich wollte es umdrehen wobei mir 2000 Menschen mit Tauen und Maschinen halfen und wie sich herausstellte hatte es nur wenig Schaden erlitten ich sagte dem König dass ein großes Glück mir dieses Boot verschafft habe um mich an irgendeinen Ort zu bringen von wo aus ich mit Sicherheit in mein Heimatland zurückkehren könne während dieser Zeit wunderte ich mich sehr keinerlei Botschaft von unserem König an den Hof von Blefuscu zu erhalten später hat man mich aber im Geheimen benachrichtigt seine königliche Majestät habe geglaubt dass ich nichts von ihren Absichten wusste und wirklich nur wegen der Erlaubnis nach Blefuscu abgereist war und ich in wenigen Tagen wieder zurückkehren würde zuletzt wurde der König wegen meiner längeren Abwesenheit doch unruhig er beriet sich mit seinem Schatzmeister und den übrigen gegen mich intrigierenden Ministern bis endlich ein Mann von hohem Stande mit meiner Anklage nach Blefuscu geschickt wurde dieser Gesandte hatte Instruktionen dem Monarchen von Blefuscu mitzuteilen dass wenn ich nicht innerhalb zweier Stunden zurückkehre ich meinen Titel als Nardag verlieren und zum Verräter erklärt werden würde der Gesandte fügte hinzu dass sein Herr erwarte dass sein königlicher Bruder in Blefuscu um den Frieden und die Freundschaft bei der Reiche zu erhalten den Befehl erteilen würde mich an Händen und Füßen gefesselt nach Lilliput zurück zu schicken damit ich dort meine Strafe als Verräter bekäme der König von Blefuscu beriet sich drei Tage lang mit seinem Rat und gab dann eine aus vielen Höflichkeiten und Entschuldigungen bestehende Antwort er erwiderte dass es unmöglich sei mich gefesselt nach Lilliput hinüber zu senden wie sein königlicher Bruder sehr wohl wisse außerdem sei er mir wegen der vielen Dienste verpflichtet die ich ihm beim Friedensschluss erwiesen habe obwohl ich seine Flotte geraubt hatte aber ich habe am Ufer ein wunderbares dass beide Königreiche in wenigen Wochen endlich von mir befreit seien mit dieser Antwort kehrte der Gesandte nach Lilliput zurück der König von Blefuscu aber erzählte mir den ganzen Vorgang und bot mir unter dem Siegel der strengsten Verschwiegenheit seinen Schutz an falls ich in seinen Diensten bleiben wolle ich dankte ihm beschloss aber dennoch ich wolle mich lieber dem Ozean sehr wohl dass der König über meine Antwort gar nicht traurig war bald darauf habe ich sogar zufällig entdeckt dass er und seine Minister sehr erfreut über meinen Entschluss waren deshalb beschleunigte ich meine Abreise noch mehr als ich anfangs beabsichtigte der Hof half auch dabei 500 Arbeiter wurden angewiesen zwei Segel für mein Boot nach meiner Anleitung zu nähen ich stellte Segel und Ankertaue her in dem ich zehn zwanzig dreißig der Stricke von Blefuscu zusammendrehte Ein großer Stein den ich nach langem Suchen am Strande fand diente mir als Anker Es kostete mich große Mühe einige der größten Bäume abzuschneiden wobei mir jedoch die Zimmermeister von der königlichen Flotte halfen Nach ungefähr einem Monat als alles vollendet war ließ ich dem König sagen ich den Palast und seine Majestät schenkte mir fünfzig Geldbörsen jede mit zweihundert Sprucks sowie auch ein Gemälde von sich selbst in Lebensgröße das ich sogleich in meinen Handschuh steckte um es vor Schaden zu bewahren ich packte das Brot mit dem Fleisch von 100 Ochsen 300 Schafen mit einer Menge Brot und Wasser und mit so vielen Speisen wie 400 Köche zubereiten um sie dort einheimisch zu machen um diese Tiere an Bord zu füttern hatte ich noch eine ziemliche Masse Heu und einen Sack voll Korn mitgenommen nachdem ich alle Vorbereitungen getroffen hatte setzte ich am 24 September 1701 6 Uhr morgens die Segel als ich ungefähr vier Meilen nordwärts gesteuert war bemerkte ich in der Entfernung einer halben Meile eine kleine Insel ich steuerte darauf zu und ankerte die Insel schien unbewohnt darum aß ich etwas legte mich zur Ruhe und schlief ungefähr sechs Stunden denn ich erwachte noch vor Sonnenaufgang die Nacht war hell ich frühstückte bevor die Sonne am Himmel erschien lichtete den Anker und steuerte in derselben Richtung wie am gestrigen Tag die mir mein Taschenkompass zeigte ich wollte eine jener an diesem Tag entdeckte ich sie nicht aber am nächsten bemerkte ich gegen drei Uhr nachmittags ein südöstlich fahrendes Schiff ich gab Zeichen man bemerkte mich aber nicht da der Wind günstig stand segelte ich so schnell wie möglich und war nach einer halben Stunde in der Nähe des Schiffes wo man mich bemerkte die große Flagge hisste und eine Kanone abfeuerte ich war überglücklich dass ich nun endlich mein Heimatland und meine Lieben noch einmal wieder sehen konnte mein Herz schlug vor Freude als ich die englische Flagge erblickte ich steckte meine Rinder und meine Schafe in die Jackentasche und stieg mit meiner kleinen Ladung von Vorräten an Bord das Schiff war ein englischer Kauffahrer der von Japan durch die Südsee nach England zurückkehrte der Kapitän 50 Mann und darunter auch ein alter Freund Peter Williams der dem Kapitän viel Gutes von mir erzählte er bat mich ihm zu sagen woher ich gekommen sei und wohin ich wollte als ich ihm das nun mit wenigen Worten berichtete hielt er mich für verrückt und glaubte die von mir bestandenen Gefahren hätten mir das Gehirn verwirrt ich aber zog meine schwarzen Rinder und meine seiner Majestät in Lebensgröße und einige andere Seltenheiten des Landes auch gab ich ihm zwei Geldbörsen jede mit 200 Spruchs und versprach nach unserer Ankunft in England ihm eine trächtige Kuh und ein trächtiges Mutterschaf zu schenken ich will euch höher nicht mit einer Beschreibung dieser Reise langweilen die im ganzen sehr glücklich verlief wir erreichten England am 2. April 1702 ich erlitt nur ein einziges Unglück die Ratten des Schiffes fraßen mir nämlich einen meiner Schafböcke auf das übrige Vieh brachte ich wohlbehalten an Land und stellte es bei Greenwich auf die Weide wo das Gras sehr gesund war solange ich in England blieb verdiente ich mir viel Geld indem ich das Vieh vielen Menschen zeigte die dafür bezahlten und bevor ich meine zweite Reise begann verkaufte ich mein Vieh für 600 Pfund ich blieb nur zwei Monate bei meiner Frau und meiner Familie denn meine Sehnsucht fremde Länder zu sehen zog mich wieder in die Ferne ich ließ meiner Frau 1500 Pfund zurück und kaufte ihr eine schöne Wohnung mein übriges Geld nahm ich mit mir denn ich hoffte mein Vermögen zu vermehren mein Sohn John ein gegenwärtig jetzt verheiratet ist und Kinder hat lernte Nähen und Stricken ich verabschiedete mich von meiner Frau und meinen Kindern wobei Tränen auf beiden Seiten vergossen wurden und ging an Bord des Abenteurers eines Kauffahrers unter dem Befehl des Kommanders John Nicholas aus Liverpool aber davon berichte ich euch ein anderes Mal befehl Vielen Dank.